so was spielen so error hä wie soll ich jetzt ein error keine scheiß so hier erst mal die sounds sind ja schon wieder übel schlaut oder ich muss einfach mal leise stellen und mucke fehlt auch noch moment, moment, moment moment, moment, geht gleich los so so telle, jetzt ne, nicht ganz bisschen leise muss ich stellen , so alles klar Ok, jetzt. Eine Schaufel wollten wir uns machen, damit wir hier mal ein bisschen Ordnung ins Leben bringen. Das wir auch schön einen Abgang haben zum Wasser runter. Jetzt müssen wir nur gucken. Ja, ich muss mir eine Holzschaufel machen. Ach halt, wir können uns eine Steinschaufel machen. Eine Steinschaufel können wir uns schon machen. Die werden immer besser. Yay. So. Hier waren wir, ja. Das alles mal schön weg. So. Hier alles weg. Torch müssen wir dann auch noch wieder hinsetzen. Ach Gottl. Hier noch weg. Halt. Da den ganzen Crab weg. So. Und es wird schon wieder dunkel, Alter. Ich kann kotzen. Ach nö, ich bin da drauf gelatscht. Ach nö. Scheiße. Scheiße. Also Brokkoli. Blaubere. Strawberry. Okay. Fangen wir mal hier hin, hier hin, hier hin, hier hin. So, jetzt gehen wir mal Richtung Bett. Ich hab keinen Bock, dass hier Monster auftauchen. So. Es werde Tag. Jetzt können wir nämlich hoffentlich ernten. Wär richtig nice, weil Hunger stört schon wieder. Okay. Blaubeeren. Erstmal eine Snacken. Da liegt eine Masse. Äh. Los. Muss haben wir hier. Coolifrem. Was für ein Ding? Da. Ich will dich snacken. Oh Mann. Kann ich nicht. Scheiße. Das heißt. Habe ich Knochen? Ne. Aber ich hab noch Zucchini. Zucchini. Und Zucchini Seed. Cotton Seed. Okay. Okay. Muss ich doch hier noch ein bisschen. Was? Talking. You are pun. Was? Knifte. Was babbelst du? Da. Warte mal. 1. 1. 2. 2. Probier's mal jetzt. Auch nochmal bist du nicht gebannt. Weil nicht dass ich wüsste. Komisch, so, jetzt brauche ich Knochen, ich hab dich grad entwandt. Probier's mal, ich hab dich entwandt. Ein Bischaltmod, mir auch egal. Ja, jetzt hast du sogar Mod-Rechte, also jetzt will ich nichts mehr hören hier. So, was haben wir noch, Biene, was ist das, Horseweed, Orange Day, normalerweise, ich hab niemanden gebannt, also, hm, komisch. Was ist jetzt, ich brauche was zu essen, Zitze, Zitze, ja, ja, ist echt so, ich bin unschuldig. Wozu sind eigentlich die scheiß Blau-Booberry? Food, ja toll, Food, aber ich kann das nicht fressen. Was soll der Scheiß? Mann, 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 komm, wachst. Dann gehen wir, ui, gehen wir halt wieder da rüber. Habe ich noch Pilze? Pilze, 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 ne, aber ich hab ne Blackberry Seed. Fällt mir bestimmt noch eins zum Nurgeln, ja, ja. Nurgel du ruhig, du Nurgler, du. Spiel dein Skyblock. Und nurgel nicht. So. Jetzt brauche ich hier wieder was zu futtern. Ach Gott, ha, ha, ha. Futter, Futter, ich brauche Futter. Ich kann nicht mal rennen, das ist ja wieder supergeil. Mal gucken. Das ist alles nix. Was ist das Gelbe? Das ist wahrscheinlich eine Pflanze. Hmm. Yellow Totfleck. Nee. Das ist nix zu futtern. Verdammt. Da hat's Blaubeeren. Hm. Wieso kann ich das nicht futtern? Ich bin da nur fürs Kreative. Ah. Also nix wirklich besonderes. Ich hab ja ein bisschen zugeguckt. Hey, ohne Witz. Das ist, ich brauche hier Futter on mass. Was ist das eigentlich? Sand. Okay. Komisch. Hm. Oh, was zu futtern. Meine Fresse. Ohne Witz, seit ich das Spiel spiele. Tomaten oder was? Berry. Ich hab Berries. Muhahaha. In diesem Spiel, Alter. Ich hab permanent Hunger. Ohne Witz. Und ich find einfach keine Viecher. Ich weiß, dass ich hungrig bin. Was für ein Spaten. Hm. Wird bestimmt bald wieder Nacht, Alter. Dann hab ich wieder die Arschkarte. Pflanze. Ne. Was mit da hoch? Ach Gottl. Ich hab auch nix. Ui. Ich muss da hoch. Hi Lobie. Lolgie. Hm. Mann. Ich brauch was zu essen. Müsste irgendwo was sein. Gibt's doch nicht. Hm. Lass mich hoch. Lass mich hoch. Lass mich hoch. Ich hab Hunger. Ah, Pilze. Gleich mal eine Pilztuppe machen. Mal gucken. Da hab ich Pilze. Alter. So. Erstmal ein bisschen Pilzsuppe futtern hier. Ich ernähm mich hier eigentlich nur von Pilzsuppe, Alter. und Früchten. Voll übel. Ups. Alter. Nur am fressen bist du hier. So. Okay. Wir haben auf jeden Fall noch. Da haben wir noch was Tolles. Ja. Jawoll. Raspberry. Blackberry. Wächst das auf Holz, Alter. Da sind Pilze. Hm. Ich darf mich nicht zu weit vom Strand entfernen, weil ich sonst finde ich einen Weg nicht mehr zurück. Das wäre auch schlecht. Da ist noch was. Hm. Da, Pilz. Gib mir Pilze. Ui. 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 Verdammt. Scheiße. Wie ist eine Höhle? Sandstein. Bedeutet eigentlich ja nichts. Hoffe ich mal, dass es nichts bedeutet. Hm. Stimmt, hier waren wir gestern schon. Hm. Ich muss aber am Strand bleiben. Okay, von da hinten bin ich gekommen. Laufen wir mal da auf die Insel rauf. Mal gucken, ob wir da noch was finden. Was ist das? Los. Pilze. Jawoll. Aber ich will nicht nur die ganze Zeit Pilze futtern. Oh. Scheiße. Schnell. Wohin muss ich? Da bin ich hergekommen. Ich muss schnell zurück. Es wird dunkel. Ab ins Bett. Schnell zurück. Lauf. Lauf, Forest. Lauf. Los. Lauf. Lauf. Du sollst nicht rum hören. Oh, Lauf doch. Ich will nicht das Monster kommen.